Leute da bin ich wieder ich war noch im letzten im letzten part im lüftungsschacht der letzte part beendete im lüftungsschacht es gibt weiter im lüftungsschacht und ich weiß nicht was im lüftungsschacht noch ist hallo zombie ich hab so viel angst das ist unfair oh hoppala hat stirb muss nachlauten Ist ja überhaupt nicht gut. Hm. Oh. Wow, so viel Leben. Mach mal nicht so laut, sonst... Mach ich mir die Rose. Ne. Ist ein bisschen ruhiger. Nein, ist doch nicht ruhiger. Oh, Machine Gun. So wenig Munition. Ich nehme noch weiter die... Zroti. Ne, gleich irgendwie los. Damit rumschießen. Oh. Was geht? Clip? Für was? Da wäre nicht ammo. Immer noch. Oh, sie hat mit dem Laptop kaputt gemacht. Ich war doch so süchtig. Ich war doch so süchtig. Das ist der Specialist, Wilson. Mein Team ist weg. Sie sind alle tot. Ich bin blind hier. Was sind meine Orte? Over. Ja, keine Ahnung, wo deine Leute sind. Sgt. Kelly. Bleib scharf, son. Schau dir die letzte genannte RP und fortifiziere deine Position. Wir finden dich. Woher muss ich denn hin? Da kam ich. Laptop ist geschrottet. Scherz? Ah, super. Ach so. Uiuiui. Danke. Station Locked. Hoffentlich ist auch nett zu mir. Oh, so viele Zombies. Ich renn einfach durch. Oh, ha, 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 ha. Ohne Kopf. Der Hex, wie kann er denn noch leben? Angst. Angst bei mir, keine Spur. Mädelkid. Oh, ein brennender Zombie. Geht's den noch gut oder was? Hm, was war denn da eigentlich? Ach, Flammenwerfer aus der Wand. Oh, da war ein Feind. Oh, ein fetter Zombie. Haha. Hahaha. Oh. Autsch, du Wetter. So ein Fichser. Und wetten, dass sie gleich... Danke. Oh, Mikroskop. Ach. Mal gucken. Ähm. Marines... ...ID-Number. Ah, das bin der ich. Hm. Hm. Ich will nicht irgendwo den Code. Mal gucken. Was ist denn das? Hm. Die Akramme... ...desteht... ...keine Ahnung. Hm. Gehen wir einfach weiter. Ach, wieder so ein Luschi. Der ist nicht tot. Oder? Nee, der ist tot. Okay, jetzt ist er ganz sicher tot. Hm. Da pumpt was. Okay. Super. Hm. Dann kann ich das raus so und ich hab Hunger. Ist einfach so eine... Äh, eine... Was pumpt denn hier so? Hm. Die Geräusche sind ein bisschen flach. Ganz unten drunter. Okay, war auch schon tot. Downloading PDA. Ach, Kacktür. Was soll ich denn machen? Hm. Da la la. Ich muss weiter... Ähm. ...lösch absäbeln, damit... ...sicher zu gehen, dass sie auch wirklich tot sind. Nachladen. Weiß nie, welche von denen noch auf einmal so aufsteht... ...und Kuckuck zu mir sagt, wo ich erschießen will. Kuckuck. Ist tot, hört sich. Marine HQ. Ach, wieder so eine Scheißdür, die nicht richtig aufgeht. Wenn wir mich jetzt verarschen, das sind so viele Waffen und ich komm einfach nicht dran. Alphalabs, ähm, vielleicht hilft mir das PDA weiter. Manifest-Kontrolle. Hm, Maschinen-Gun. Warte, die Schrottie? Nimm mal die Schrottflinten, keine Schrottie. Ja. Mann, ich komm hier nicht dran. So, es wird mir mein Loli hinstrecken und immer wieder wegziehen. Und ich komm auch nicht da. Aber vielleicht soll ich da lang, oder? Ach so, wieder zurück, ne? Boah, hab ich was gehört? Oh, das ist besser, ne? Kommt niemand mehr. Hoppala. Oh. 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 Ist echt gemein. Bäh. Bäh, wäh. Batz, 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 Böses. medikit für armut so schießen die auch böse stürzt mit schilders dunkel bereich doch schon oder nur muss da lang Okay. Definitiv, hier war ich schon mal. Hm, ich habe immer das Gefühl, dass mich etwas verfolgt. Oh. Er lebt noch. Kopfballern. Er drückt Min شarren. Zieh... Oh-ho-ho-ho, voll in die Fresse. Oh, man. Es ist na nachladen. Kommt da noch mehr? Vielleicht. Amour. Ah. Trotzdem ist die Burst. Ach, kann da nichts nehmen. Ist ja so ein Shit. Verschwinde, ich muss da was. Ach. Kann ich doch noch spielen. Hm. Die UAC ist hier, um dir zu helfen. Psychologische Services sind frei und kompetent. Oh. La 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 la. Hm. In der Ruhe liegt die Würze. Au. Also, aber der hilft mir. Der erkennt noch von Mensch. Der kennt noch Mensch. Äh. Der kann noch von Mensch. Ach, wie soll ich das ausdrücken? Der kann noch von Mensch und Dämon unterscheiden. Ich danke. Ich danke echt. Klipp. Hm. Händen sich gar nicht wie Zombies an. Outsch. Oh, das ist von allem von hinten. Das ist alles. Hm. Super. Boah. Click to exit Mars City. Ja, ich bin hier raus. Administration. Wie krieg ich da eine neue Waffe? Oh ja, der Part ist hiermit auch gleich vorüber. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao. Boah. Boah.